Meine Erinnerungen gehen zurück in das Jahr 63, als die Mauer gebaut wurde. Da war ich zwölf Jahre alt, da war baut in der Familie und auch in der Schule. Ganz große Angst, dass wieder der Krieg ausbricht. Das hat sich auch bis 1989 irgendwie gehalten. Und dann, als die Mauer dann gefallen ist, war ein Gefühl der Befreiung irgendwie. Das ist also die große Erinnerung. Das ist also die Mauer.